Mh, machen wir dann noch das? Mh, können wir auch aufrüsten. Das ist meist natürlich. Mutation abgeschlossen. So. Komm, breite dich mal noch ein bisschen aus. Oh, das ist ein Problem. Hoch, hoch, hoch. Der Schwarm schläft nie. Das wirst du bereuen. Meine Zäcklinge hätten er da sein müssen. Mutters. Zwei. Alles klar. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht von der Zeratul-Sprach? So. Mit hierher. Komm, Badronen anstort. Was jetzt? Ich will mal kurz ein bisschen warten. Ah, warten ist immer gut. Ich weiß. Warum? Weißen Punkte heißen doch auch oder irgendwas. Müssen wir hier Abwehr bauen. Okay. Ein bisschen Luftabwehr. Wie ist das denn jetzt? Wird die ganzen Drohnen weg? Aber. Ist einfach nötig. Nehmen wir uns nochmal 9 Drohnen. Nein. Ah, Team 3 bleibt hier und Team 2 hier hin. Los. Weiter vorruhen. Abgeschlossen. Mineralen. Motation. Es ist abgeschlossen. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ja, ja. So, komm. Ne Drohne brauche ich hier anstatt an hier rum hin. Dann holen wir uns mal noch einen Overlord. Und ein paar Mutters. Mineralien-Gas. Oh. Wer hat dich gefragt? Mineralien-Feld erschöpft. Nichts stellt sich mir in den Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Stirb einfach. Das ist schlecht, was hier gerade passiert. Oh Gott. So. Na. Er weg. Folge der Drohne. Du musst doch den Stuff einsammeln. So. Entdessen wir nochmal ein paar Overlords in den Start bringen. Und ein paar Mutters. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. Ja, vor allem ist es irgendwie hier. Wer hat dich gefragt? Das Problem ist, wir müssen das hier ja noch absorbieren, sie die Ur-Essenz, ne? Die muss ich aber erstmal finden hier. Mal gucken, wo wollen wir uns nochmal ein bisschen ausbreiten können. Ja, wir wollen mal als nächstes hingehen. Wenn ihr da die Drohne beschützt, gehe ich hier ein bisschen gucken. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Die Frage ist ein bisschen, wie das nochmal aussah. Mineralienfeld erschöpft. Stirb einfach. Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgur-Biomasse. Bin doch schon dabei. Wir sind im feindlichen Kampf gegen den Schwarm im Weg. So, und du? Kannst dann mal da hier runterkommen. Ja. Wenn du mal ein bisschen scouten gehen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Muss doch irgendwo noch sein, der Scheiße. Ja. Genau. Vielleicht, ähm, holen wir uns nochmal ein paar Mutters. Holen wir uns hier hin. So. Team 2. Holen wir die Essenz. Wir haben nicht viel Zeit. Hm. Die Frage ist, wo ist das? Das war der irgendwo. Ach, guck mal hier hin. Der Schwarm schläft nie. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Dann kommen wir noch etwas durch. So, ihr kommt mit zu Team 2 und Team 2 hierher. So. So. Los jetzt. Purorganismus entdeckt. Funktion ähnlich Schwarmstock. Erschafft Urzell. Auslöschung empfohlen. Quillgore, Biomasse wird angegriffen. Okay, das haben wir nicht gelettet. Schneller hoch. Kann man ein bisschen scouten hier. Ja, muss noch einmal so ein Tümpel sein. Lass uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Stirb einfach. Wir haben nicht viel Zeit. Komm, kämpf mit mir. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Na, krieg ich dir das hin? Ja, das seh ich hier wohl. So. Ich will erst noch die Scheiße sind. Der Schwarm schläft nie. Jawohl. Die wollen wir uns noch. Stirb einfach. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Oh, Karriken hat hier was anderes angemacht. Raus damit. Schnell weg. Was jetzt? Los jetzt. Fuck. Ich werde euch wiedersehen. Tschau. Maaf. Tid... Und dann... the Warrior. The Warrior. The Warrior. The Shadow. The Bear. Das war's für heute. Niemand wird mich aufhalten. So. Die Uhrzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Oh komm, nochmal die direkt. Du bist Teil von Team 2. Team 2 hier, ja. Ach nee, du musst das holen hier oben. Los jetzt. So, das läuft hier alles. Ihr seid Teil von Team 2. Oh, holt die Essenz. Das dauert noch. Okay. Ja, im Vergleich zu den Mutters ist natürlich Kerrigan ein bisschen langsam. Aber das ist vollkommen okay. Ruhe. Diese Essenz ist so lebendig. Ich glaube, sie gefällt mir. Nie. So. Lasst uns das hinter uns bringen. Holen wir uns auch noch. Nice. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr machen, aber... Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen mehr Vespingas. Oh, bringt den letzten Rest noch. Kerrigan rennt ein daher. Nice. Das dürften wir locker geschafft haben. Sogar ohne, dass die einen von so... von so ein Ding zerstören. Das geht nur weiter. Nice. Nice. Hoppala, was? Töten sie back. Okay. Dann bauen wir uns doch immer mal. Komm, Team 2 hier, mach. Hilf mal kurz. Der braucht eh noch kurz. Der Schwarm ist hungrig. Ja, her. Moment mal, dann breche ich es nochmal ab. Ach, schau. Wir wollen es nochmal ein bisschen... ... in den Stadt. Und zwar... ... bis mit hierher, so. Oh, der macht aber wohl ganz schön Schaden. Ja, aber ohne Probleme, ey. Nichts stellt sich mir... ... ich gehe zurück. Ich bin wegen der Macht Zerrus hier. Ich werde alles opfern, um mein Ziel zu erreichen. Du wirst mir helfen. Dein Schwarm trägt das Mahl von Amon, im gefallenen Xel'Naga. Vor langer Zeit kam er nach Zerrus. Er formte die Zerg zu einer Waffe und brachte sie fort. Doch einige von uns blieben unentdeckt. Verborgen. Wir vermehrten uns. Wir bleiben rein. Wenn du unsere Kraft suchst, musst du urzerk werden. Du musst rein werden. A game of drones. Okay. Ähm. So. Ja, das ist abgesprochen. Dass mehr als drei ihre Drohnen getötet werden. Ja, wir haben keine verloren. Und was hält uns so stören Sie? Vier Schwarm. Machst du nix. Also. Kein Problem. Ähm. Ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir hat es auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Weil wir ja nicht so schlecht waren diesmal auf jeden Fall. Ähm. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dann. 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 Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Disability.